Am 13. September fand die inzwischen vierte Freiberger Nachtschicht statt, was zahlreiche Besucher in die Altstadt lockte. Unter dem Motto Schicht im Schacht, ISNI, bestand die Möglichkeit, seine Einkäufe bis spät in die Nacht zu erledigen. Wenn gleich die Freiberger Berge und Hütten knapp schafft, bereits um 21 Uhr zum traditionellen Bergmenschen-Zapfenstreich einlud. Für alle Nicht-Bergleute ging die Nacht mit reichlich Gerstensaft und einem abwechslungsreichen Kulturangebot weiter. Bei Livemusik in bzw. vor den Kneipen und einer zusätzlichen Illumination der Innenstadt machten die Freiberger die Nacht zum Tag. Bis dann irgendwann doch Schicht im Schacht war. Der Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung folgender Partner Bleib wie dein Bier Lebe dein Leben Geh deinen Weg Sei wie du bist Bleib wie dein Bier Natürlich Frisch Frei Freiberger Herbfrisches Pils Untertitelung des ZDF� Schicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020